Ja, können wir anfangen. Sind wir beide geil? Ich sehe gar nichts, was wir hier haben. Geil. Aber man sieht... Aber man sieht... Günther Der ganze Raum hier voll raufen, damit man gleich gar nichts mehr sieht. Man sieht das Kreisfeld. Das ist ein guter Antwort. Da ist ein weißer Zettel. Ist das nicht der Preis? Aber man sieht es nur ein bisschen. Und damit kommen wir auch zum dritten Schritt, der eigentlich auch relativ einfach ist. Also den wirst du bestimmt sehr einfach finden. So ein wunderschöner dritter Schritt, der mir gerade nicht einfällt. Ach der, ach der. Genau der dritte Schritt. Aber du weißt, was ich meine. Ich meine was zu machen. Heute, wenn wir den gestimmt haben. Der Stippe... Ich bin jetzt auch nicht zu hart, Alter. Jungen! Intro! Intro! Outtakes! Outtakes! Schienenfahr-Selbstverkehr! Brauch ich dir was? Wie solltest du gar nicht lachen? Wir produzieren gerade Outtakes, mein Freund. Lach bitte! Danke! Geil! Du hörst dich an wie der Karnickel! Günther! Das Ding oben runterhängen, ne? Ne, das packen wir aber locker easy. Locker easy wie Kokain. Ähm, sag mal. Ja! Ich weiß nicht, was du da. Ich weiß nicht. Oder ist das Geist.